Hellman, start your engine! Lassdur, der hat gefahren, mit einer Tannfüllung kann man nicht meckern. 8,6 Liter. Das Geheimnis, immer 5er Gang, egal welche Geschwindigkeit. Im selben Moment huscht ein spatzengroßer Flatterschatten an uns vorbei. Wir zucken zusammen, aus der Gegenrichtung überfliegt uns ein weiterer Schatten. Was ist das? fragt der Stamm. Das sind Fledermäuse. Was sind Fledermäuse? Fledermäuse. Ihr Blick bleibt verständnislos. Ich muss deutlicher werden. Tragenjahr! Meine Damen und Herren, die schnellste Wurst der Welt. Ich krieg' ihn das jetzt wieder weg. Ist Ihnen sonst noch was unklar? Ja. 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 Ja.